Heute Abend Lola Blau von Georg Kreisler. Ähm, Kreisler? Kennen Sie? Im Theater ist was los, ich weiß nicht, wie man einen anderen Beruf haben kann. Die Musik, der Geruch, der Applaus, da ist schon was dran. Wollen wir die Zeit nutzen und einfach schon mal reinschauen? Ja. Sex is a wonderful habit. Sex is a wonderful thing. Fräulein Blau, Telefon für Sie. Nach Prag? Wegen welchen politischen Ereignissen? Dass Sie gemeint sind und vulgär und arrogant und ordinär. Du weißt, Onkel Paul, ich kümmere mich nicht wirklich um Politik. Ich mag gerade zu den Nö-Legenden. Vielleicht Jude oder fabische Studenten. Frau Schmidt kam im Grunde nichts dafür. Das halbe Volk steht hinter ihr. Frau Schmidt ist bisweilen Häuschen stehen. Man weiß ja an der Spitze, was sie will. Nur für die oben in der ersten Klasse sind und bleiben sie die arme, kleine Jüdin, die nichts hat und die froh sein muss, wenn man ihr ein bisschen zuhört, während sie singt. Man muss nur wissen, man hat niemals ein Zuhause. Und dass man niemals ein Zuhause haben wird. Ich hab nämlich schon die neue Fahne ausgekennt. Und wenn man Ina bei mir findet, könnte ich Unannehmlichkeiten haben. Tonight singing for the first time in Le Roubant Bleu. Ich weiß, es ist nur ein kleines Kabarett, aber ich kann dort die, die da singen, die ich auf einer großen Bühne nicht singen darf. Miss Lola Blau. Fuck you Nazis. Ändern lasst dich gar nichts, weil so ein Tempo's ja schon gemacht. Ändern lasst dich gar nichts, weil so sehr bis zu Gute Nacht. Ändern lasst dich gar nichts, weil die sowas nicht riskieren. Ändern sollen die anderen, weil die anderen dann nicht mehr. Jawohl.